Hallo, hallo, und dann sind wir auch schon wieder zu Let's Play Adventure of Link, oder Zelda's Adventure, ich weiß nicht, eins von meinen. Wir sind jetzt im vierten Tempel. So, guck mal, ein bisschen. Na, da. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir wollen ja noch ein paar Herzen gewinnen und nicht verlieren, wenn wir da unseren Laserstrahl haben. Wo ist die Wirbelatt? Wenn man sie mal blauft. Hui, ein Schlüssel! Juhu, zwei. Wir haben ja im letzten einen Schlüssel einfach nicht benutzt. Ah, was sind das? Dämonen! Dämonen, Hilfe! Können die überhaupt so besiegen? Oder so lange sie springen? Okay, sie sind in echt. Okay, wir hören uns hier drin. Oh, es ist dunkel. Ich hab noch ne Candle. Oh, cool. Ach, dafür ist die Candle. Dann spucken wir mal Feuer und der Alarm Cell. Ich hab den Kompass. Also, da oben ist der Boss. Gut. Hey, Mann. Okay, egal. Vielleicht wenn wir sie besiegen, dann kommen wir hier in den Schlüssel. Ich weiß jetzt schon. Weil anscheinend geben die Monster in den Tempel... ... 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 Oh, ja, Mann. Ah, ah, Hilfe. Also, ich finde, es ist interessant, aber ich glaube, das aller Schwerst an dem ist einfach nur wegen der Steuerung. Die Steuerung macht das Spiel so schwer. Ja, an. Ah, den Raum kennen wir, da haben wir das letzte Mal auch noch die Slimes gehabt in so einer Art Raum. Im letzten Tempel, ne? Oh, ja, ja, ich hoffe, man hört das nicht, wie ich da hier gerade ganz froh auf die Kastaturhämmer. Au, 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 danke, au. Ich gehe mir da nicht, echt nicht. Oh, fuck, ey. Oh, das war doch dunkle Schleim, ey. Ich werde teilen, oder? War so klar. Ah! Schleim, schnell weiter. Ah, schon wieder ein dunkler Raum. Hilfe! Ah, da kommen wir nicht drüber. Heißt? Ja, Ruhe. Au. Äh, hier durch. Wir haben noch Schlüssel übrig. Okay, müssen hier, glaube ich, alle kehren. Ah, ich wollte das vorher eigentlich nach rechts machen. Oh, haben wir hier schon noch irgendwas anderes. Vielleicht lebt der Bum lang, ja? Ne, das hört ja nur wieder. Ich werde auch nicht hier liegen für sehr lang. Aber ich schwehe einfach und hau nach oben. Vielleicht klappt das, ja? Äh, jein. Das hat geklappt. Aber... Das ist ein Leder-Mäuse, muss ich jetzt erwischen. So. Geht auf. Bababababa, was haben wir hier? Uah! What's that? Ist da nicht der Schildfresser? Oder zumindest ist das später der Schildfresser. Aber die Typen gesehen, keine Ahnung. Da ist noch eins der noch. Mach her noch. Nichts. Ah, ich weiß nicht, was die für ein Geh-Muster haben. Die kleinen Schlüssel-Dinger. Ja, genau. Geh einfach mal runter, wenn ich da jetzt stehen muss. Finde ich echt super. Oh, super. Super. So, ob ich jetzt kill? Kann man überhaupt kill? Hm. Hm. Oder? Nein. Leerer Raum, oder was? Also, jemand der Raum hier fling, oder? Oder haben wir einen Eton, was wir... Ich glaube nicht. Nein. Ja, mal. Dann gehen wir hier hoch. Ja. Hm, okay. Das ist komisch. Da muss doch jemand in dem Raum bleiben. Ja, jetzt haben wir... Und jetzt sind wir schon tot. Blöd. Oh, super, man. So viel Herzen hier. Okay, gut, die gehen mir eh nicht. Hm. So, dann nehmen wir noch weiter und ich treffen lassen. Ja, genau. Leichter gesagt. Ja. Hahaha Haben die den gar nicht gesehen oder? Ah, das muss doch was da sein, ey. Das sind ja umsonst so. Hm. Nein. Nein. Ich stirb. Halbes Herz für den Raum, super. Okay, gut, die einen scheinen wohl einen gar nicht zu töten, nur man kann das Schwert nicht benutzen, super. Und nochmal auf ein neues. Genau. Oh, gut. Ach, das war schon geschafft. Er hat nicht so viel. So, da dum da dum, da dum da dum und weg! Jetzt sind wir hier rechts. Knapp, aber geschafft! Jetzt müssen wir nochmal diese Dinge ändern. Gut, das ist jetzt nur auf dem Weg hierbleiben können, aber wenn ich den Bummelang einschütze. Können wir ja eigentlich theoretisch die umbringen, oder wie war das? Wenn ich die doch mal mit dem Bummelang-Streffer drüben, hör doch mal. Äh, ich würde mal jetzt ein zweites State hier setzen, damit wir das nicht immer und immer und immer wieder machen müssen. Äh, doch, die Sklarnamen, aber die bringen einen nicht um. Soll, und jetzt? Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Oh, bläder Mäuse. Ich finde diese Stellen ganz gut gemacht, weil die kommen auch später mal wieder. Wo nochmal? Link Awakening. So, jetzt haben wir die Leiter. Jetzt müssen wir weitergehen können. Okay, jetzt sind schon wieder die Dinger da, ey. So, ich habe ja wieder mal eine Karte zurück. Okay, ich muss wieder ein paar Räume bestimmen, dem am auffällen und das ist dann am Zerweck. So, jetzt könnte ich eigentlich die ganze Zeit hier links und drüben. Oh, und schon weg hier. Oh, ich glaube, ich habe noch mal eine Karte, aber hier war glaube ich die Karte, aber ich bin nicht komplett, oder? Genau. Perfekt. So. Oh, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Oh Gott, ey. Null Herzen. Ja, aber wir müssen zumindest nicht mehr in diesen einen Raum da rein. Zack. Weg da. Ja. Na gut, dass wir uns, dass ich auf jeden Fall diese Kärze hier gefarmt habe. Und Geld, das ich da hatte. Weil ohne die wären wir glaube ich ein bisschen auf die Karte gewesen. Ja, also hier können wir auf jeden Fall immer stehen und die kann uns hier nichts tun. Das ist jetzt nicht das Problem. Das einzige Problem ist, wir haben nur drei Herzen. Jetzt noch einmal was. Oh, super, alter. Super, wir haben extra das Verbesser des Schildes angeben, wie sie so Feuer abhielten. Aber, ah, funktioniert nicht. Super, soll ich da machen? Ich habe nicht mal eine Bombe übrig. Super, ich werde jetzt hier einfach so machen. Klik. So. Okay, wir dürfen jetzt nicht alle auf einmal kaputt machen, weil das wäre fatal. Dann ist die super schnell und wir haben dann... Ich kacke hier am dampfen. Sprite Legs. Sprite Legs, Hilfe. Oh, super ey. Können wir eigentlich schon wieder vergessen. Ich denke, ich werde mal kurz hier pausieren, bis ich die besicht habe.